Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich Willkommen hier zurück in 13. Ich verstehe nicht. Die Tür ist verschlossen. Wir versuchen nicht aus der Klinik abzuhauen. Das ist ein Irre, wie ihr hört. Öffnen Sie die Tür, Dr. Johansson! Dr. Johansson! Ich glaube, Dr. Johansson will dich nicht mehr haben. Was für ein Albtraum. Wie war das laut? Die Geräusche und... Hübsche Krankenschwestern sind selten im Plainwalk. Wusstest du das? Achso, komm. Hä? Ja, hey. Nun Nummer 13. Der Doktor möchte sie sehen. Aber du bist doch der Doktor. Also los, es ist Zeit für die Anatomie-Stunde. Komm schon! Oh, die Sau wirft mit Messern. Ja, nachladen. Ah, nachladen. Du bist mit Granaten. Das kann ich auch. Ah. Ah. Dafür leer. Schwein. Du Schwein. Ah, Wurfmesser. Mit dem kann ich eh nichts tun. Ah, Flashbacks. Grüße Flashbacks. Das Knustel. Hör zu, es gibt 20 von Ihnen. 20 Verschwörer, die sich in der Nummer verwerken. Meine Herren. Es ist mir eine Ehre, die Pforten meiner bescheidenen Behausung den Führern unserer Organisation zu öffnen. Weil oben dieses Ortes unserem gemeinsamen Ziel würdig ist, schlage ich vor, unsere Hauptversammlung hier abzuhalten. Okay. Kloster, also. Kloster oder eher KKK? Hm. Ah, da ist er. Mein Sender. Endlich. Bitte. Ja, der Schlüssel war mit drin. Vielen, vielen Dank. Ha. Falsch gedacht. Den lassen wir mal zu. Oh. Das wollte ich so nicht. Ich wollte eigentlich sie als Gelbe nehmen und die Tür öffnen. Okay, wohin muss ich jetzt? Ich muss hier raus, ne? Da geht's nicht raus, ne? Wo war die Tür, die verschlossen war? Die war nicht hier. Die war in dem anderen Rondell. Das stimmt, da können Leute niederknüppeln. Oh. Jones, empfängst du mich? Laut und deutlich. Ich bin über dir. Komm da raus. Ja? Oh. Mein Gott. Mach auf. Öffnen Sie die Tür, verdammt. Guter Gott, rette uns. Er hätte eh geschossen. Sorry, aber. 16 Uhr. Plain Rock. Run away. Das stimmt, weil ich die Musik ausgemacht habe, kommt hier jetzt nicht mehr diese super coole, extrem laute Jazzmusik. Come on. 放. Whoo. Oh, mein Kopf. Hey, die Geisel ist dabei, die ich nicht mitgenommen habe. aber sie ist dabei sehr schön nicht wer sie sind aber ich werde sie niemals vergessen sehr nett danke warum bist du jetzt so happy ich habe dich niedergeschlagen wer war denn die braut hör auf den kavalieren zu spielen mongos und seine männer sind uns auf den fersen das taxi wartet auf dem grund des canyons komm schnell das taxometer läuft schon taxi taxometer hey hey unfair gut dass der revolver so genau ist oder muss noch mal voll auf mich drauf der hängt jetzt an mir drin was machen wir jetzt warte ich kann ihn hochheben ich konnte den enter ab nicht mehr benutzen wenn leichen auf einem drauf liegen na dann da war gerade einer ist er auf mich drauf gesprungen der ist auf mich trocken ok versuchen die stelle nicht wer sie sind aber ich werde sie niemals vergessen das habe ich eingesammelt ich bin diesmal nicht so stürmisch doch hätte es dir vielleicht gefällt wer war denn die braut hör auf den kavalier zu spielen mongos und seine männer sind uns auf den fersen das taxi wartet auf dem grund des canyons komm schnell das taxometer läuft schon auch das gewehr ist ungenauer als ein revolver auf die distanz so ist man nicht hoffentlich drauf dankeschön da kommt zeig den kopf Menschenskinder Jetzt Nein Jetzt Aha So einer weniger Sehr schön, ich habe ein bisschen Scherzschutzengewehr Schießt der jetzt, oder? Der schießt jetzt, oder? Oder auch nicht Daneben Okay, der war nicht daneben Ich wusste nicht, dass da oben da mal einer steht Erwischt Sehr schön, dann war da rechts noch mal einer So Ah Puh Okay Dann war da gleich noch mal einer Da ist keiner Okay, da komme ich nicht hoch Tod ist tot Egal mit welcher Waffe Ist der mir auf den Kopf gesprungen So Jetzt ist hier mal Ruhe Hey Okay, da ist nichts mehr Da runter Da drüben sind noch mal Gegner Aber hier kann man doch bestimmt auch noch Da drüben hin Genau Und zwar mit einer Seilbahn Wie kommt man an die Seilbahn? Von da oben Kann ich hier irgendwo haken? Ja, hier war doch Hier ist doch ein Weg Da kann ich nicht hoch Da auch nicht Okay, 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 okay Irgendwie müssen wir hier bestimmt hochkommen Also wir müssen wahrscheinlich nicht hochkommen Aber wir können bestimmt da irgendwie hoch Vielleicht erst Wenn wir weiter vorne sind Bin mir grad nicht so ganz sicher Das war der Kamerad, den wir eh schon angeschossen hatten Dieser Scharfschützenrevolver Hey Okay, wir gehen hier weiter Ich denke einfach mal Wir lassen den Rest einfach liegen Der ist schon wieder mit Raketen Da ist nochmal einer Einfach durchatmen Er hat auch Scharfschützenrevolver Und ich habe jetzt eine Bazooka Mit nur einem Schuss Aber Tod Da geht es auch noch lang Ja, geil Medipack Sehr schön Ganz schön laute hier Äh, Geier oder was auch immer das Ah, macht er alles automatisch Aber jetzt sind wir auch hier oben So, und jetzt Jetzt muss ich hier irgendwie zurück Warte, um lang Um lang, genau Gleich mal nachladen Und auch unseren Freund Und auch unseren Freund hier nachladen Nehmen wir das Scharfschützen Scharfschützenrevolver Da geht es nicht weiter Da geht es weiter Da hinten ist einer Checkpoint Sehr schön Checkpoints sind immer so Ich sag ja Scharfschützenrevolver Legt euch doch nicht einfach Mit mir an Also ich kann keine Bazooka-Munition mehr tragen Dann ballern wir doch einfach damit Ups Hat das alle vier erwischt Oder es hat alle vier erwischt Sehr cool Ja, das ist ja noch mehr Hä, habt ihr das gehört, Jungs? Ah, nachladen Nachladen Kein Scheiß Nochmal eine Hey Und du hast es sehr gut getroffen Mit Shit Shit Oh, okay Sehr schön Nochmal eine angefangene Rüstung Aber besser Also mit Rechtsklick zieht er die Hinten Also hinten die Hand rum Kann man schneller schießen Weiß nicht, ob man da ungenau ist Also Ich glaub's nicht mal So Wir kommen in der Liebeshöhle Echt jetzt Da ist nichts Okay Dann hier lang Level abgeschlossen Sehr schön Jones hat ein Flugzeug Versteht Finden sie es Na dann Finden wir ein Flugzeug Wollte der mir gerade die Bazooka ins Gesicht jagen Scheinbar Wollte ich das nicht Schön liegen lassen Sehr schön Die Bazooka Munition ist aber auch so ein Ding Davon scheinen wir wirklich genug zu haben Der ist nachgeladen Da muss ich nicht nachladen Die ist nachgeladen Die wird nachgeladen Ne Ah Dieses Zielfernrohr Das zappelt da manchmal hin und her Nehmen wir die Bazooka Siehst du Was der kann, kann ich auch Oh, das hat den auch noch mit erwischt Herrschaftszeit Jetzt aber So Oh, da ist der Haken Jetzt schwingen wir mal hier Ich will mal wissen, wie Schnell man hier wird Wenn ich nicht hängen bleibe Wie Okay, viel schneller werden wir nicht Da müssen wir hoch Sehr schön Sorry Hab ich nur gemacht, weil hier noch mehr Munition lag Ich will nur den Sänger So Das war ja schrecklich Okay, und wie gehe ich da runter Hier über die Treppen Ach Checkpoint erreicht Okay Aber mein Checkpoint Hier sind alle schon tot Oh yes Ah Nicht so cool Alles okay Das ist ein Durchgang Hinter den Ruinen Der Flieger ist nicht weit Welche Ruinen Kommt da Ruinen noch vor Okay Richtig Richtig hardscoped So Gucken wir mal Oh nee Ich habe beide Hände an der Leiter Und bediene noch ein Scharfschützengewehr Das muss man erstmal können Hinter den Ruinen Hat sie gesagt Sorry mal Ich wollte die Waffe gar nicht wechseln Aber die Bazooka ist halt schon cool Na 86 leben Vielleicht sollte ich wechseln Komm wir nehmen unseren Scharfschützenrevolver wieder Bam Ein Schuss Ein Kill Ups Noch mal kurz Durchatmen Indiana Wir tun es hier Also in so einem Canyon Okay Hallo Jones Das macht hier wirklich Löcher So das war es oder? Können wir jetzt abhauen? Bitte? Ah okay Ja wir haben es wohl geschafft Und dann danke ich euch schon mal Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bei 13 Ciao ciao Und wir sehen uns in der nächsten Folge zusammen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bye Und dann wir sehen uns in der nächsten Folge